hallo und herzlich willkommen ich bin lautschmann ich begrüße euch wieder bei metro exodus jawohl und wir sind im unterirdischen bunker der kommunikations zentrale da hat auch mal jules mama gearbeitet und weg ist es und ja wir brauchen hier fallout karten akten um einfach ja da weiter untersuchungen anstellen sie können so jetzt ist natürlich wieder erst mal die frage wo muss ich denn lang hier mal hier lang ich hoffe wir haben jetzt nicht aufmerksam auf uns gemacht mittlerweile verstehe ich auch so ein bisschen jetzt den den kompass was soll denn das hier so sollen wir hier rüber jetzt jumpen ja scheiße okay das war schon mal nix rein wir uns die mistviecher an alter voll über die linse geklettert die tricks auch so okay okay wir sind nicht freundlich gesehen hallo naja wir gehen mal weiter lassen uns jetzt davon nicht stören so wir gehen mal hier lang alter was hier rum kreucht und fleucht und vor allen dingen in so was für einer größe abartig so was haben wir denn hier ähhhhh ich glaube durch das loch müssen wir aha 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 können wir hier was machen nee nicht wirklich ne so okay gehen wir mal hier durch wir brauchen auf jeden fall wieder unsere maske so alright können wir hier was machen nee warum treff ich denn nichts hallo 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 was haben wir mal wir sind äh zehn die fiecher ne alter schwede kaum schon ok ok das scheint die alte kommunikationszentrale zu sein natural ok ok nachdem schon jetzt sind wir komplett im dunklen wir zeigen müssen mal da weiter so jetzt machen wir hier strom an ok zack zack sehr schön ich hoffe du kannst mich hören ich bin auch hier was telefon ok was haben wir denn hier nehmen wir uns nehmen wir uns abfilter müssen wir wieder wechseln so ok so krass und das müssen wir doch nehmen das ist auch noch gut eine kassette wir sind ohne paddel einen beschissenen fluss hinaufgefahren aus den erdspalten die das erdbeben aufgetan hat kommt nun gas und zwar giftiges gas wenn mich nicht alles täuscht bislang bewahrt uns das lüftungssystem davor aber was passiert wenn der strom wieder ausfällt oder wenn noch ein beben kommt und die erdspalten sich noch mehr öffnen ich habe den chef gefragt aber der lässt nur wieder das übliche hören so ok wir gehen mal hier runter oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott hier rumbles hier rumbles gott gott all right so alles klar ok hier runter mich mal ach ich versuche die unteren etagen zu öffnen na so gut wo war das ding ach da na bitte na dann machen wir auch oh sehr schön so nachladen das lüftungssystem arbeitet normal alles der belastung die allgemeinen Anweisung bekommst du oh gott alter Schwede was ist denn hier alles ok ok die lüfter scheinen noch zu funktionieren ach du Highland vom Highland so das ist das Bad oh also die Toiletten schön dass es hier Munition gibt hä was sind denn die ah ok 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 man alter hat mir gestiegen die Fische sag mal ich verballere hier meine komplette Munition ey du scheißvieh ne so ok was müssen wir jetzt hier tun so was zeigt denn der Kombas an hier lang hier wird schon mal abgespeichert aber hier ist erstmal nichts so ok können wir hier irgendwas drücken den Aufzug können wir schon mal nicht nutzen oh ne ok 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 aber da gehen wir nochmal da rein das interessiert mich dann doch aber da sind nur ok ok vielleicht kommen wir da rüber müssen wir mal schauen ne müssen wir mal schauen so also hier können wir nix drücken hier ist auch nix hier war aber komm mal ok den haben wir auch gelootet ah komm mal ok können wir da nicht rein ich hab gedacht hier könnten wir rein aber nö anscheinend nicht so ist das jetzt quasi ja ok hier raus können wir jetzt auch nimmer hm 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 also irgendwas müssen wir hier tun mach mal hier ist doch eine Gerätschaft die die ganze Zeit läuft läuft oh hier ist doch auch ein Telefon das hier soll man das hier abnehmen verstehe ich irgendwie nicht ganz so ähm hier kann man auch nix machen ich hätte jetzt gedacht wir hätten jetzt da rein gekündigt irgendwie aber dem ist nix zu ok ja aber irgendwas müssen wir ja hier machen können ne irgendwas muss ja hier gehen so was soll ich denn hier ok das ist kaputt ja aber in den Toiletten kann man ja wahrscheinlich auch nix machen oder oder ist hier irgendwo ein weg nee hier kann man nur durch ne äh ok ok aber hier kann man auch nicht durch ne nee aber warte mal hier hier ist die andere Seite genau haha so wird ein Schuh draus ok wie gefällt dir das dort hier wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden ok du kannst aber durch den Blüftungsschacht hinein wir haben uns haben wir uns fast gedacht so ok 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 so uuh ach ekelhaft geht er mal weg hier also für Leute mit Spinnphobie ist es echt widerlich und ekelhaft so neue Notiz haben wir uns auch mitgenommen was hat denn der da fest komm gibts her so au ist es ah ok ist es die Mutter das scheint mir die Mutter zu sein von ihr sie hat mal ein Rock an ja ok ok gut dann wissen wir Bescheid naja das Bild müssen wir dann in die Schule bringen oh äh äh idiot so ah ah ok 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 ne warte mal wollten wir wollten wir hier noch irgendwas machen ne ich glaub hier ist auch nichts mehr möglich ne hier ist Ende Gelände ok alles klar so aber warte mal wir wollten doch da noch rein oder oder und hier kommen wir nicht rein oder gibt es hier noch was wo wir drücken können oder sonst was ne nicht wirklich ne so oh aber ich glaube hier müssen wir sein ne definitiv bin es ist bei es mit es 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 okay weiß nicht wo die waffe jetzt daher kam aber sie war nützlich jetzt hier irgendwo lang hier durch anscheinlich hier jetzt wieder gelandet das da geht es auch nicht weiter na wie man das irgendwie geregelt dadurch können wir auch nicht also ist es eigentlich nur ja verschwendete liebes mühe okay gut würde ich sagen ja wieder zurück oder hier war ja nichts ne können wir eigentlich wieder zurückgehen weil hier glaube ich müssen wir nicht mehr rein oder kann ich mir nicht vorstellen oder doch ich glaube wir müssen wieder ganz normal zurück es ist halt echt keine ahnung manchmal wo man hier lang muss kann ich euch echt nicht sagen aber nein wir brauchen ja noch die akten nee wir müssen da rein wir müssen da rein so okay dann mal schauen nochmal hier durch nee hier kommen wir nicht durch das war hier vorne genau hier wird nochmal abgespeichert so okay okay das ist wieder da lang da steht kein mensch da steht kein mensch gut hier war man schon wenn es hier mal auch heller wäre ne warte warte komm ich hier jetzt weiter ja anscheinend okay jetzt jetzt stecke ich hier ach nö leute es ist doch nicht euren ernst hallo ich kann vor allen dingen ich komme jetzt kein stückchen mehr weiter hier irgendwie ah ja warte mal hä komm ich hier irgendwie ah ok so durch eine lüftungsschachter durch eine lüftungsschachter hat er ja gemeint ne ja oh gott wie sich das anhört alter aua hey 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 eh ja so ja Es ist jetzt mal Ruhe hier. Aua. Oh, toll. Toll. Oh, komm schon. Ich hau hier alles weg. Gibt's da nicht. Sama. Oh, diese Fiescher, ey. Gehen wir jetzt schon wieder auf den Sack. So, muss ich erst mal wieder gucken, wo muss ich denn lang jetzt. Ist mir hier richtig? Anscheinend. Oh, Mann. So. Okay. Okay, okay, okay. So, wir sind hier richtig. Wollen wir mal. 2019, okay. Na, ist hier was drin? Sind hier die Akten drin? Die Fallout-Akten? Nee, hier ist auch nichts drin. Hier sieht man aus, dass das voll wäre. Oh, ja. Oh, ja. Genau. Genial. Das heißt, damit können wir wieder zurück. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder an die Oberfläche. Vollständige Karte. Jawohl. Sehr schön. So muss es sein. Aber, bevor wir wieder an die Oberfläche gehen, beenden wir hier die Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn so ist, könnt ihr es gerne mal mit einem Like zeigen. Nicht mit einem Like, sondern mit einem Like. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.